Leute, willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Heute werde ich wieder mein Haus weiterbauen. Ich habe jetzt diesmal in den Einstellungen es hinbekommen, die Gegner auszuschalten, weil es wird immer mein Haus hier zerstört. Das ist nicht so toll. Das war mal richtig schön aufgebaut, jetzt ist wieder alles kaputt. Und ich habe das jetzt mal ausgeschaltet, das ist nicht mehr passiert. Ich habe dann nachgelesen, wie das geht. Und ich würde sagen, wir bauen direkt mal weiter. Genau. Das geht los. So, ich werde das hier irgendwie jetzt... Muss man das hier zumachen oder kann ich einfach hier ein Dach praktisch machen? Das geht wahrscheinlich, oder? Das bricht ja nicht durch, oder? Weiß ich nicht, wie das so ist. Ich mache jetzt einfach mal hier ein Dach. Ich kann hier ein paar Abstützungen machen, wenn das vielleicht nur sinnvoll ist. Ich habe keine Ahnung, wie das so... Ob man das in Minecraft braucht. Ich habe nicht so viel Minecraft bisher gespielt. Das ist jetzt seit ein paar Tagen gespielt. Ähm, genau. So. Ich habe hier Abstützung. Ich kann es einfach hier vollbauen, ist ja egal. Ich kann ja unbegrenzt an Ressourcen. Sind ja überall vorhanden. Ich habe eine Idee. Ich baue einfach hier alles zu. Ähm... So. 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 Ich hab keine Worte Ich hab keine Worte Ich hab keine Worte So, ich werde das Jetzt sollte man probieren jetzt hier ganz viel aufzubauen und das Haus zu erweitern Also generell mal Etagen einzubauen und vielleicht einen Balkon und so Mal schauen wie das jetzt alles so funktioniert Ich baue jetzt hier weiter alles ab Und dann beginne ich gleich mit dem weiteren Baum Okay jetzt habe ich 64 Ich würde sagen wir nehmen 100 Blöcke und dann fangen wir nicht weiter Hier kann man nicht mehr als 64 Und dann sammelt sich der Wald Okay das sammelt sich dann Ich verstehe Auf der anderen Seite der Wald Und dann neuer Brink Okay Das Tier hat sich auch Das ist ja Keine Ahnung Ich will jetzt nicht aufbauen Das wird unten Ich brauche keine Fakten Wie ich sitzen kann Okay Dann werde ich jetzt weiter das Loch zu machen Ich bin gerade im Mittelfall Hier rein Ich bin jetzt schnell Korpel Du 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay So, bin ich gleich fertig mit dem Vollmachen, dann habe ich wahrscheinlich keine Steine mehr, keine Blöcke mehr, also in dem Fall Erde, aber dann werde ich halt neu abbauen Ich weiß auch nicht, ob das überhaupt notwendig ist, aber besser als jetzt irgendwas, dass das Haus mal runter bricht, deswegen mache ich das lieber Dauert jetzt auch nicht so lang Dauert 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 an. So, zack, 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 oh ich hab keine, ok ich muss abbauen gehen. Jetzt habe ich mir momentan 23, ich glaube die 23 werden es reichen um den Rest zuzumachen, wahrscheinlich nicht oder? Ich baue lieber noch ein bisschen mehr ab, oh, nein. Ist wieder total dunkel, ich muss gleich mal in den Einstellungen die Helligkeit höher drehen, man sieht halt da nix, ist halt nicht so nice. Okay. Ja. 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 Oh. hoch, 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 okay, ja, das hole ich jetzt nicht, nee, gehe ich zurück, und zurück, und zurück, und zubauen, gleich bin ich fertig, das reicht wieder nicht an Blöcken, das ist nicht so gut, aber muss ich halt nur mal abbauen gehen, oops, Musik Das immer so dunkel wird, das ist nicht so schön. Dann sieht man halt immer so wenig. Kann man da vielleicht noch einstellen, dass es nie kracht wird? Ich probiere das gleich mal zu ändern in den Einstellungen, vielleicht geht das irgendwie, dass man das machen kann. Kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht geht. Ich will auch am besten so ein anderes Abbauwerkzeug nehmen, weil ich habe gesehen, dass es bei manchen Werkzeugen richtig, richtig, richtig schnell geht. Macht man einmal so eine Sekunde und dann sind direkt 20 Blöcke weg. Das würde ich gerne irgendwie bekommen. Ich weiß nicht, wie bekommt man das, muss man das verkaufen oder wie funktioniert das? Kann mir vielleicht mal jemand in die Kommentare schreiben, dass ich mir das zulegen kann. Das wäre nämlich super. Warum kann ich nicht? Okay, was geht's für die? Ich sehe hier fast nichts so dunkel. Musik 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 super schade Hm, nix mehr da. Muss ich anscheinend wieder abbauen gehen. Abbauen, abbauen und abbauen. Da hab ich viel zu tun hier. Hm. So, jetzt würde ich sagen, reicht es wieder. Eigentlich fast. Ich würde sagen, für das Loch zu machen reicht es, glaube ich. Aber halt für weiter bauen nicht so richtig. Deswegen baue ich jetzt wieder mehr ab. Ich baue jetzt mal richtig viel ab. Ich baue jetzt 5 Minuten ab. Ja, würde ich sagen. Wird auf jeden Fall sch... Das Hausbau macht viel Spaß, aber... Ja. 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 Ich sammle ja gar nicht mehr. Ah, jetzt wieder okay. Jetzt sammle ich wieder. Ich bin jetzt hier alles abgebaut gefüllt. So, fast nichts mehr da. Ah, irgendwie. 62, noch zwei. Okay. Jetzt geh ich zurück. Okay. 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 Oh. Ne, jetzt hab ich hier wieder nicht abgebaut. Hier. Endlich geschafft. Alles zu. So, und jetzt baue ich mein Haus weiter. Endlich. Das hier. Ich weiß nicht, warum das hier ist. Der Block hier. Keine Ahnung. Der hier gehört auch hier nicht hin. So. Gehts weiter. Wie kann man eigentlich nochmal so fliegen? Das ist ja auch irgendwie möglich. Oh. Ich muss ja auch mal in die Kommentare schreiben, wie das geht mit dem Fliegen. Dann kann ich das auch mal machen. Weil ich komm halt jetzt hier bald irgendwann nicht mehr dran. Ich meine nicht mehr hoch. Und das find ich so nice. Hä, wo geht das nicht? Okay, jetzt. So. Ganz zu viel. Mal einmal abbauen und dann hier hinten. Okay. Ich würde sagen, ich baue jetzt gleich meine erste, ich mache das jetzt hier zu Ende. und dann baue ich meine erste Etage ein. Ich muss aber nochmal kurz abbauen nochmal. Ich hab nicht mehr genug. Weil ich komme dann gleich nicht mehr runter. Weil dann sterbe ich wahrscheinlich. Deswegen. Ja. Leute. Also ich werde jetzt glaube ich das Video beenden, weil es wird schon zu lange. und ich mach dann einen weiteren Teil, wie ich jetzt mein Haus weiterbaue. Ich hoffe euch hat das Video gefallen und ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.